So, und weiter geht's mit Blacks 8. Hey Grayson, leg mal Musik auf. Ja, komm, mach mal. Dass sie keinen Krieg wollen. Das stimmt, aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass Amerika ein Ziel ist, dass wir verteidigen werden. Punkt. Ich sage Ihnen was, Flick. Ich sorge mich um dieses Land. Die Leute müssen den Ruf hören. Ohne starke Armee sind wir leichte Beute. Das ist die Schuld der Medien. Die Presse hat viel zu viel Macht. Genau. Niemand muss diese Art von Kampf aus der Nähe sehen, der keine Uniform trägt. Man muss sich das Recht verdienen. Die Brücke ist weg. Mann, die Straßen hier draußen sind echt Müll. BD Demo in New Orleans. Das wäre der leichte Weg gewesen. Also die Armee-Variante. Off-Road, Baby. Off-Road. Blöder Kaktus. Hey, wer zur Hölle ist das? Vierte Infanterie, nimm von Kontakt mit Colonel Green auf. Oh Gott, der Kerl. Basislager, Echo Squad hier. Haben wir irgendwelche Helikopter in der Gegend? Wir kriegen hier ein bisschen Wind ab. Echo, hier ist Colonel Green. Das ist negativ. Das ist nicht einer von unseren. Heiliger Bimba-Mann. Die Rebellen fliegen unsere US-Vögel. Das ist nicht gut. Basislager. Hier spricht Echo. Der gesichtete Helikopter ist feindlich. Wiederhole. Gesichteter Blackhawk ist feindlich. Okay, warum fliegen die denn so? Echo Squad. Sie haben Freigabe, das Feuer zu erwidern. Nein. Er ist gerade erst gestorben. Drücke E. Nicht E. Sondern... Hä? Wenn ich mir heute keine Kugel einfange, nehme ich Urlaub. Ziel eliminiert. Der fällt vom Himmel. Gut. Lass uns von hier verschwinden. Wir können später herausfinden, wer das war. Ja, warte. Boah, da bewege ich zu langsam. Lass mich eben... Äh... ...meine Waffe nehmen. Und dann geht's aber dazu ins Auto, ne? Oh, ne, jetzt sicherlich nicht, äh... ...lang laufen. Ist ein bisschen weiter, wie ich, ne? Noch Toter Soldat. Können wir mal wissen, was die alle tötet. Das sind keine Soldaten. Guck's dir an. Übel. Was ist denn das? Was immer das ist. Es ist tot und ich lebe. So gefällt mir das. Wir müssen weiter. Oh Mann. Was jetzt? Was zum Teufel ist das? Eine Kreuzung zwischen Schaben und Mastschweinen, oder was? Oha. Schaben und Mastschweinen, das ist auch gut. Das sind so kleine Landminen. Halt nur in Alien-Version. Und ja, scheiße. Oh. Oh. Auf jeden Fall ist es, die mögen uns nicht. Das ist, äh, klar. Los, auf! Alter, von wo kommen die? Die sind ja fast so wie Landminen. Ach, sag an. Das sind die fliechenden Landminen. Es wird immer verrückter, dass sie eine halbe Invasion. Oh, oi, oi. Wir haben absolut keine Chance. Oh. Scheiße. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Der ist ein Dosier. Das will ich haben. Zu spät. Verkackt. Scheiße, das ist das Dosier. Oh, stimmt ja. Kann man ein Stück nicht mehr machen. Ich kann vergessen. Kann ich gut zurückkommen? Okay, die folgen mir nicht. Da, uu. Oh, uu. Oh, schiss. Alter, Schwede. Nevada ist nicht mehr das, was es mal war. Keine Lüge, Mann. Das Glück sind wir jetzt wenigstens auf der Straße. Da dürfen sie jetzt nicht durch den Boden kommen. Hoffe ich. Rachel. Okay. Sieht so aus, als wäre die Party schon vorbei. Ja, sieht so aus. Geht ist beschäftigt. Auf damit. Was ist denn da los? Da ist so ein Viech drauf. Was passiert? Warum? Oh, ach so. Ach so, weswegen. Einer von euch und ich. Das war's. Oh, Munizieren. Schwach. Den hat er nicht. Passiert. Gut gemacht, mir. Mann. Damit hatte ich nicht gerechnet. Doch, hast du. Dein Hinterteil gehört der Armee. Lass uns das Tor öffnen. Zumindest hat das Teil Waffen. Was ist das, Mann? Sind wir etwa wieder im Irak, oder was? Absolut. Hat Colonel Green irgendwas von dieser verdammten Scheiße erwähnt, Pierce? Einen Teufel hat er. Die Armee weiß nie, was los ist. Lass uns nach Rachel fahren. Jetzt haben wir wenigstens so ein Ding mit einem Geschütz drauf, ey. Okay. Okay. Ah, fast easy. Einfach drüber. Äh. Warte mal. Hat er da gerade was gesehen? Oder bilde ich mir das ein? Ich bilde mir das ein. Sieht nach einem Unfall aus. Jemand hat das Schutzgeländer getroffen. Wir müssen um es herumkommen. Das ist ein Ende. Ja, schießt euch gegenseitig ab. So. Von dem Kerl ist nichts mehr übrig. Der Geschichte. Damit finde ich das relativ gut. Bekloppt ist toll. Komm aus der Erde, ja. Okay. Es ist mir alles immer noch viel zu einfach. Ja, nee, ist klar. No, das soll uns jetzt aufhalten. Super. Oh, jetzt kommen die kleinen Stinker wieder. Äh, ja, ist gut. Nein. Tot. Ich hätte umdrehen müssen. So schnell kann es dann gehen, ne? Ach, nee, nicht schon wieder hier. Sieht nach einem Unfall aus. Jemand hat das Schutzgeländer getroffen. Wir müssen um es herumkommen. Halt. Achtoich, Ambrose. Ja, es ist hin. Ja, es ist hin. Ich weiß, ich bin gut. Doch, ich hätte ihn nicht so weit wegparken sollen. Zack. Und jetzt kommen sie hier aus den Löchern. Kommen die auch umfahren, ich will es einfach nicht testen. Okay. 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 Okay.